Hey Leute! Der Akku ist einer der Schlüsselkomponenten des modernen Smartphones. Dein Smartphone kann noch so mächtig sein, es ist nutzlos, sobald der Akku leer ist. Bis vor einigen Jahren ignorierten Smartphone-Unternehmen diese Abteilung, weil sie oft auf aufregende und auffällige neue Funktionen konzentrierten, die dann niemand benutzte. Glücklicherweise fiel das einigen Marken auf und leiteten die Revolution ein, die zu den Smartphone-Akkus und der Ladetechnologie geführt haben, deren Vorzüge wir jetzt genießen. Lasst uns also die interessantesten Ladegeräte anschauen. Auf den ersten Blick mag das OnePlus Warp-Ladekabel nicht wirklich anders aussehen, als die anderen Ladekabel, die du lieben gelernt hast. Es kommt ohne Kabelsalat kompakt. Die Ähnlichkeiten hören dort jedoch auf. Unter der Premium-Silikon-Ummantelung gewährleistet die interne Verkabelung aus Kupfer und Nickel, dass der Strom dein OnePlus-Smartphone schneller und kühler erreicht als je zuvor. Dieses Ding garantiert dir, dein Handy in 35 Minuten auf 70% aufzuladen. Das kundenspezifische OnePlus Warp-Ladegerät 30 Power Adapter fällt erstaunlich clever aus. Intrigierte Schallkreise sind in den Adapter selbst eingebaut, sodass Hitze abgeleitet wird, bevor sie dein Handy erreicht. Das bedeutet schnelleres, sicheres und kühleres Aufladen, das sich niemals verlangsamt, selbst wenn du im Internet surfst, spielst oder sonst etwas machst, das dir auf deinem OnePlus-Gerät Spaß macht. Hier noch ein Schnellladekabel, aber diesmal für die Oppo-Familie. Super VOOC ist die schnellste Aufladung, die wir jemals gesehen haben. Bis zu 50 Watt Aufladepower laden dein Handy in 10 Minuten auf bis zu 40% auf. Das Zwei-Zellen-Design reduziert die Spannung auf jeder Zelle um die Hälfte. Ganz genau, dieses Kabel benötigt zwei Akkus anstelle der einzelnen Speicherzelle, die die meisten Smartphones benutzen, also sei hier vorsichtig. Das smarte Akkumanagement-System BMS überwacht die aktuelle Spannung, Zeltemperatur und den aktuellen Akkustand. Der Fünf-Kerne-Schutz bietet eine Überwachung rund um die Uhr. Die smarte Temperaturkontrolle lädt dein Handy sicher bei höchster Geschwindigkeit auf. Aber was ist, wenn dein Akku leer wird und du das Kabel nicht dabei hast? Lade dein Handy in deinem Auto mit dem Super VOOC Autoladegerät auf. 10 Minuten Aufladen reichen aus, um dein Handy den ganzen Abend lang zu benutzen. Das Design ist von den schnellsten Autos inspiriert, das einer leistungsstarken Luftturbine ähnelt. Der kurvige Körper und der ausdrucksvolle Style passen ideal zu dem Innenraum deines Autos. Ende-zu-Ende-Verschlüsselungstechnologie ermöglicht es, kompatible Geräte zu identifizieren und den Energiefloss für sicheres und schnelles Aufladen anzupassen. Ist das nicht genau das, wovon du geträumt hast? Es gibt oft, dass du mehrere Geräte gleichzeitig aufladen musst. Welches solltest du dafür als erstes auswählen? Einfach beide, da der bei Seos Gantek Schnelllade-Poweradapter sogar drei Geräte auf einmal schnell aufladen kann. Mit zwei Typ-C-Ausgängen und einem USB-A-Ausgang ist er mit praktisch jedem Gerät kompatibel, von Handys über Tablets bis zu UBSC-Laptops und mehr. Der eingebaute intelligente Chip ermöglicht die smarte Anpassung der Ausgangsspannung, wenn mehrere Geräte auf einmal aufgeladen werden, was eine höhere Effizienz bei der Ladeumwandlung garantiert, niedrige Temperaturen sowie eine sichere Anwendung. Das optimale Gallium-Nitrit-Power-System ermöglicht ein kleineres und leichteres Ladegerät mit höherer Ladeeffizienz. Gantek konzentriert 65 Watt an Power in der kompakten Größe einer Handfläche, die 30% kleiner als das alte 65 Watt-Ladegerät ist und überall mitgenommen und benutzt werden kann. Zu Hause, im Büro und so weiter. Ihr müsst uns nicht danken. Schaut euch nur an, was wir hier haben. Ein perfektes Kabel, um dein Macbook, iPad Pro 2018, Huawei Matebook und mehr aufzuladen. Das USB-C-Kabel liefert Strom per USB für bis zu 100 Watt, was blitzschnelleres und sicheres Aufladen gewährleistet und Datentransfergeschwindigkeiten von bis zu 10 Gigabit unterstützt. Der eingebaute E-Marker und Smartchip erkennt und liefert automatisch den optimalen Strom für angeschlossene Geräte, wie zum Beispiel fürs Handy, Tablet oder den Laptop, um die Ladesicherheit zu schützen. Du willst einen Film schauen oder ein Spiel auf einem anderen Monitor spielen? Kein Problem. Dieses Kabel streamt Medien auf einem größeren Monitor per Spiegelmodus mit Leichtigkeit in atemberaubender 4K-Auflösung. Das bedeutet, dass du dein Handybildschirm auf dein TV-Bildschirm übertragen kannst und die hochqualitative Auflösung genießen kannst, während ihr zusammensitzt und spielt. Hergestellt aus hochdichtem, geflochten Draht, der mehr als 10.000 Verbiegungen aushält und stark und langlebig ist, dient dir das Kabel auf lange Zeit. Von 0 bis 100 in 17 Minuten Das ist Xiaomi's offizieller Rekord. Die 100 Watt super schnelle Ladetechnologie kann ein 4000 mAh Gerät von 0 bis 100% in nur 17 Minuten laden. Wie dir wahrscheinlich schon aufgefallen ist, ist es fast zweimal so schnell wie das OPPO SuperVOOC um zweiten Punkt auf unserer Ladeliste. Bist du wegen dem Kabel immer noch nicht beeindruckt? Dann schau dir die erste 40 Watt kabellose Schnellladeversion an, die nur 40 Minuten benötigt, um einen 4000 mAh Akku auf 100% aufzuladen. Ganz genau, Xiaomi ist definitiv der Marktführer von morgen. Was wäre, wenn es nur 13 Minuten dauern würde, dein Smartphone aufzuladen? Unmöglich? Nicht für Vivo, das buchstäblich jeden mit ihrer 920 Watt SuperFlash Charge Technologie umgehauen hat. Dieses kleine süße Ding ist wirklich in der Lage, einen 4000 mAh Akku in nur 13 Minuten aufzuladen, was bedeutet, dass es das weltweit schnellste Ladegerät ist. Wer hat dieses Wunder hauptsächlich entwickelt? Sonic? Es gibt keinen Grund, deinen Akkustrom zu horten, wenn du das Otterbox-System hast. Dieses System von kabellosen Ladegeräten wird mit einer Ladestation sowie einer zusätzlichen Powerbank geliefert. Sie können zusammengesteckt werden, sodass sie nicht mehr Platz einnehmen, wenn sie sich aufladen. Wenn du jedoch beide einzeln benutzen musst, kannst du sie auseinandernehmen, um dein skifähiges Gerät darauf zu platzieren. Diese kabellosen Ladegeräte werden dich vielleicht zum besten Freund machen, weil kein Handy um dich herum mehr der Saft ausgehen wird. Die zusammensteckbare Powerbank-Station liefert 36 Watt Strom, was genug ist, um dein Handy zusammen mit drei Ottersport-Akkus zu laden. Weil jeder zusätzliche Akku 5000 mAh liefert, bist du praktisch für eine ganze Woche vorbereitet. Legend of Zelda Fans, hier gibt es etwas Cooles für euch. Diese Skigerunen werden mächtige Magie heraufbeschwören, um euer Smartphone aufzuladen. Dieses Ladegerät funktioniert gut mit skifähigen Geräten. Wenn kabelloses Laden für dein Handy nicht erhältlich ist, kannst du stattdessen einen Empfänger für kabellose Geräte benutzen, was sogar sehr viel älteren Geräten ermöglicht, kabelloses Laden zu unterstützen. Die Nutzung ist so einfach wie das 1x1. Platziere dein Handy in der Mitte und sobald das Ladegerät ein Handy erkennt, wird es ein Licht- und Sound-Signal gleichzeitig von sich geben. Es gibt zwei Phasen an Lichteffekten. Die erste aktiviert sich, wenn es Smart-Geräte erkennt. Die zweite Phase dauert 23 Sekunden, dann schaltet sich das Licht aus, während der Ladeprozess fortgesetzt wird. Das Ladegerät ist extrem sicher, da es mit einem Schutz gegen Überladung, zu viel Strom, Überspannung, Überhitzung und einer Fremdkörpererkennungsfunktion ausgestattet ist. Dieses kabellose Zelda-Ladegerät ist eine coole Ergänzung zu jeder Nerd-Sammlung, perfekt für Gamer und für Menschen, die die Legend of Zelda-Reihe lieben. Hier ist etwas, das die Idee, wie du dein Handy auflädst, komplett verändert. Hier kommt Guru, ein kabelloses Ladegerät, das Elektrizität überträgt, indem es Hochfrequenz-Radiowellen nutzt. Die Strahlen des Funksignals übertragen Energie durch die Luft vom Generator zum Gerät. Diese Brechung der Radiofrequenzumwandlung ähnelt der Funktionsweise eines Vergrößerungsglases, diffuses Licht wird gesammelt, gebrochen und dann auf einen kleinen Punkt im Raum fokussiert. Aber wie wirkt sich dieser Finnerf unseren Körper aus? Keine Sorge, RF-Energieemissionen sind so konstruiert, dass sie nur dahin gehen, wo sie gerichtet werden und nirgendwo anders. Im Gegensatz zu WiFi, das Energie in alle Richtungen sendet, ist die Radiofrequenz streng auf den Radius der Strahlen begrenzt und wird nur auf Geräte gerichtet. Die Energieströme haben eine geringe Eindringstiefe und können innere Organe nicht erreichen, im Gegensatz zu Handy- und WiFi-Signalen. Zusätzlich pausieren Gurus Sensortechnologie und Sicherheitssperrungen den Stromfluss innerhalb einer Millisekunde, wenn eine Person oder ein Haus in den Strahl kreuzen würde. Wir hoffen wirklich, dass dieses Konzept umgesetzt wird. Warum? Es bietet dir eine wunderbare Möglichkeit, beim Anschauen deine Lieblingsshow zu genießen, deine Lieblings-App zu benutzen, all das, während du gleichzeitig auflädst. Schluss mit Unterbrechungen, Schluss mit Kabelsalat, Schluss mit niedrigem Akkusyndrom. Die Motherbox kann mehrere Geräte gleichzeitig aufladen und ist sowohl mit iOS- als auch Android-Geräten kompatibel. Kabelloses Aufladen ist ein großartiger Schritt, aber dein Gerät ist immer noch an einem Produkt gekettet, das Kabel verwendet. Motherbox ist das erste und einzige Ladegerät, das dein Handy für dich babysittet. Es liefert bei Bedarf Strom, sodass du immer angeschlossen bleibst, egal wohin du gehst oder wie dein Gerät bewegt wird. Die Einrichtung ist schnell und einfach. Lade einfach die App herunter und schließe sie an deine Motherbox an. Mit der Motherbox Mini bleibst du unterwegs aufgeladen und die Motherbox kann dein Gerät mit Strom versorgen, während du dich zu Hause entspannst. Erlebe echtes, drahtloses Leben. Hier ist ein Ladegerät für Handys, Kameras und GPS-Geräte, die deine elektronischen Geräte mit nichts mehr aufladen als Wasser. Der Powertrack wurde für Menschen designt, die Zeit abseits des Stromnetzes verbringen und keinen Zugang zu gewöhnlichen Stromquellen in entfernten Gebieten haben. Das Ladegerät benötigt nur einen Esslöffel Wasser, um ungefähr 10 Stunden an Handyakku zu produzieren. Die Empfindung funktioniert mit jedem Gerät, das einen USB-Ausgang besitzt, und mit fast jedem Wasser, einschließlich Salzwasser. Es läuft sogar mit Schmutzwasser, wenn es nicht durch Schlamm oder andere Verschmussungen verdickt ist. Hier ist eine super Möglichkeit für Paare oder für diejenigen, die ihr Telefon und Kopfhörer kabellos aufladen müssen. Dual-Aufladematten ermöglichen dir, zwei Geräte auf einmal kabellos aufzuladen. Diese kabellosen Ladematten gehören zu den schnellsten und verlässlichsten auf dem Markt, da sie keine toten Bereiche hat und zwei Geräte bei 10 Watt gleichzeitig aufladen kann. Die rutschfeste PU-Lederoberfläche verhindert ein Verrutschen ihres Smartphones. Dein Handy ist deine Lebensader und dieses Gerät wird sie die ganze Zeit voll aufgeladen halten. Das Nomodo Trio ist eine perfekte multifunktionale Station, die deine kabellos fähigen Geräte schnell auflädt, indem es schnell Ladetechnologie benutzt. Lege jedes aktivierte Gerät direkt auf die Matte und sieh zu, wie dein Akku von 0 auf 100 in die Höhe schnellt. Eine unverwechselbare Funktion dieses Geräts ist die eingebaute Heizkühlplatte, die sich um deine Geräte kümmert. Drücke den Ein-Ausknopf einmal, um die Flüssigkeit zu kühlen und drücke ihn zweimal, um sie warm zu halten, während du arbeitest. Das perfekte Schreibtisch-Accessoire für all deine Bedürfnisse.